Weihnachten im Schuhkarton Weihnachten im Schuhkarton ist Teil der weltweit größten Geschenkaktion für bedürftige Kinder weltweit. Teil von Operation Christmas Child von Samaritan's Purse. Wir haben letztes Jahr im deutschsprachigen Raum knapp über 400.000 Schuhkartons eingesammelt und weltweit letztes Jahr alleine über 11 Millionen Kinder erreicht. Weihnachten im Schuhkarton Bevor die Schuhkartons zu den Kindern kommen, müssen wir die nochmal durchschauen im Hinblick auf interne Qualitätsrichtlinien, damit jeder Schuhkarton auch wirklich Liebe und Wertschätzung ausdrückt. Das Ganze machen wir in den Weihnachtswerkstätten in Berlin und in Pforzheim dieses Jahr. Als Freiwilliger in der Weihnachtswerkstatt kommt man für eine Schicht, die knapp vier Stunden dauert, hierher, wird erstmal registriert, dann kann man sich in unserer Cafeteria einen Kaffee holen, einen kurzen Snack und dann gibt es eine kleine Einweisung, bevor es dann an den Tischen an die eigentliche Aufgabe geht, nämlich die Durchsicht der Schuhkartons. Wir schauen, dass da keine verbotenen Gegenstände drin sind, zum Beispiel gebrauchte Sachen oder zerbrechliches, das muss alles aussortiert werden. Wenn wir Gegenstände aussortiert haben, dann werden die Schuhkartons mit Sachspenden aufgefüllt. Ich habe heute frei. Normalerweise arbeite ich und muss heute eben nicht arbeiten, da habe ich gedacht, da helfe ich eben mit für vier Stunden. Ich denke, die Kinder werden sich mega freuen, weil da auch viele neue Sachen dabei sind, auch Schulsachen und halt coole Spielsachen. Ich finde die Atmosphäre hier sehr gut. Also man wird sehr schnell aufgenommen, man kriegt sehr gut alles erklärt. Es macht auf jeden Fall Spaß, hier Pakete zu packen. Das ist eine Abwechslung zum Arbeitsalltag und es ist eine gut aufgewendete Zeit. Es ist ein schönes Gefühl, dass man was für andere tun kann, die wirklich Hilfe brauchen. In der Weihnachtsfeierstatt kann prinzipiell jeder mit anpacken, wer Lust drauf hat. Man kann sich als Einzelperson anmelden, aber auch als Gruppe vorbeikommen, zum Beispiel mit Kollegen oder Freunden. Die Weihnachtsfeierstatt kann natürlich nicht ohne eure Hilfe stattfinden. Seid dabei, meldet euch an und helft aktiv dabei mit, dass tausende Kinder ein unvergessliches Weihnachtsfest erleben dürfen. Wenn, 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 wenn du dich quantitative, dann machst dich die Weihnachtsfeierstatt und du dich triffst. Wunderschönen.